So, neuer Tag, neues Glück. Ich zeige mal, was wir heute auf dem Bau machen. Oben entsteht der Wassertank, aber das läuft mehr als chaotisch. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich zeige es gleich im Detail. Ansonsten ist es okay. Manuel funktioniert. Der baut hier die Glas-Loks ein. Wiesen sind da, aber noch nicht verlegt. Und hier wird der Aufentürrahmen eingebaut. Ich habe eine Tischkreissäge gebastelt und eine Uhr aufgehängt. Da ist einfach eine Handkreissäge in den Tisch gebaut. Gefährlich. So, jetzt der Wassertank. Arbeiten die wie die Idioten. Das ist echt furchtbar, was die da machen. Ein wahnsinniges Desaster, wenn man das alles selber macht. Antonio im Käfig. Der Maastrauf ist das Desaster. Wird geschalt mit sogenanntem Pinolik-Fleibut. Und das natürlich dann auch von innen. Und dann wird es hier rausgegossen. Das Schlimme ist, diese Pfeifen, die wissen echt nichts, anzufangen mit sich. Die machen nur Scheiße. Guckt euch das an. Das ist so ein Haare ausreißen. Keiner irgendwie eine Idee, wie man das festmacht. Alles gemurkst. Also wirklich Schlimmhaut. Also heute bin ich absolut unzufrieden. Heute laufen sie alle noch hin und her. Und keiner schafft irgendwas. Das Team verkleinert. Das ist das Scheuer, wie ich das hier gerade momentan mache. Alles mega staubig hier. Und schmutzig. Und ein PC-Arbeitsplatz. Ich arbeite sogar was. Aber heute läuft auch hier nichts gescheit. Das einzige, was schön ist, ist der Ausblick. Hier reißen sie einfach das Plastik ab. Und schmeißen sie auf den Boden. Also wie gesagt, heute nur ein ganz kurzer Bericht, weil ich auch keine gute Laune habe heute. Also in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao.